Wieder da, Fliegemütze, Pyromedien drin ist, explodiert. Scheint ja alles ganz gut zu laufen, ah, ne, ne, nicht wirklich, äh, jetzt die rote Münze, doch, nicht. Mal einen Scheißen drängen. Die Münze ist gleich weg. Da kriege ich die dann noch. Okay, den habe ich schon mal. Ja, ein sehr guter Grund für mich, zu speichern. So. Eigentlich kann noch so ein Kaktus doch da. Haha, das war cool. Cool, au. Ah, wieder der Scheißgeier. Hey, ich will da hoch. Der Geier, der gleich vor. Ja, komm her, Geier, komm. Sei braver, Geier. Bäm. Geier, schon mal weg. Weckegeiert. Oh. Nein. Nein. Oh, das hat schon mal geklappt. Das ist schon mal was Gutes. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ganz ja, oh. Nein, ich bin so ein Vollidiot. Ich muss jetzt mal von neu machen, hier. Karo schlagen, hier. Ups. Okay. Ich habe schon mal voll cool in den Kopf weggetreten. Das war schon mal echt gut. Da war ja nicht auch eine Kanone, mit der ich mich irgendwo eben... Oh. Maaann. Ganz im Ernst, ey. Ja, Scheißgeier. Warum haben wir den Geier erfunden? Mist. Da gebe ich die Geier. Hast du was er jetzt hier noch gegeben hat? Richtig, richtig, richtig Junge. Darüber. Münzen habe ich 56. Kann ja nicht alles sein. Oh ja, stimmt ja nun ein Apfel. Okay, lasse ich jetzt mal lieber gehen, schon zu sterben. Ach, was kann ich denn dann auch Münzen finden? Oh, eine Pyramide kann nicht sein, weil ich glaube, ich die Pyramide wieder rausgehen kann. Oh oh. Ich habe auch keine Lust, den Stern dazu holen, ne? Muss ich wohl in die Pyramide reingehen. Ich hoffe, ich komme mal wieder raus, wenn ich das mache. Es scheint aber nicht so. Mist. Nochmal von neu. Das heißt wohl, ich kann mir das abschminken. Das war blöd. Ach, man, da muss ich am Ende noch so viele blöde Sterne mal, die ich gar nicht will, hier Münzen sammeln und so. Dann hole ich mir jetzt einfach einen Sterner hinten und mache das irgendwann anders. Ich verstehe jetzt mal eine Sterne. Und außerdem eine Sterne in der Pyramide kommt, dann kann man das auch noch schon erledigen. Ich bin mit ihm sicher der letzte Sterne in der Pyramide, der mit der Hand letztes Mal. Wenigstens habe ich jetzt einen Stern. Und nee. Und neben kriege ich auch noch ein bisschen positives Hatz, ja. Mann. Wieder rein da. Tot, 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 tot. Pyramidenpuzzle? Hm. Hm. Pyramide. ich habe keine lust drauf die 100 münzen vor allem wenn sie nicht gehen wenn man die roten münzen sammelt das regt mich dann ja mal richtig auf wüsste ja ja letzter part sage ich war nur und rein falle ich das pyramiden puzzle was gesucht wird oder was geht hier ab und ich habe schon wieder vergessen was ich machen muss open the towers one must light then at the peak shall shine the light so ja kann sich da festhalten oder so ist man nicht auch so schön okay scheiß nach was muss ich machen mehr hilf ich habe ungekehrt da war ich schon drin hochgelaufen bin ich auch schon ich habe mich auch hier auch ganz falsch auch möglich kann sich nicht daran festhalten nur weh komm her du scheiß pils ha 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 pyramiden welt ich habe sie nie gemacht und werde sie auch nie mögen okay 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 hier ist ja auch was ich machen könnte er ist nur ein fachschul da war ich schon oder da sind die treppen da ist nur münze hm geh doch mal wieder hoch vielleicht ist ja irgendwas anderes warte da steht was ich höre ich nur dass ich mich mit äh wenn ich der arge tot verhalte dass ich dann da ran machen kann ja mehr steht da also nicht dieses wissen hatte ich auch schon vorher und ich werde sagen wett nein doch nicht mann 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 schon wieder ein part wo ich gut für nichts geschafft habe denn ich gehe oben drüber das ist einfach hallo ich habe doch schön gemacht blöder mario jetzt hätte ich fast wieder drunter her gehen können aber vielleicht ist da ja oben irgendwas geht wohl nicht ist ja leicht vielleicht kann ich hier da um viel lang gehen vielleicht bringt das irgendwas da stand eins eins stand da irgendwas zu bedeuten zwei so eine zweite das ist immer gut muss ich nur noch weiter nach oben oder was ist ja scheiben scheibenkleister blöd ist weiter oben noch so ein ding muss ich mal gucken ne da unten anders auch falsch mann und das 100 prozent schaffen nicht zu ein prozent witzig nee nicht wirklich schon viele sterne aber trotzdem ich habe so keine lust drauf ach so was von blöd die dinge gibt es hier oben vielleicht noch irgendwas wo ich was holen kann die münze da vielleicht das einzige würde mich nur einfallen würde da weg sprühen würde wäre es ja noch besser neun weg bin ich oder doch nicht scheiße hier da hochgehen ich habe auch keine lust zu also ist der patch wieder vorbei geht doch ach ja da hochgehen ey trotz mal alle an hier au scheiße ja Nein, ich will halt nicht. Ja. Ah, jedenfalls habe ich überhaupt nichts erreicht, also, aber trotzdem. Tschüssi.